Herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist die katholische Presseschau aus dem Studio von Kirche in Not in München. Nachlese zu aktuellen Themen aus Kirche und Welt hält heute mit mir Julia Wächter. Sie ist Theologin und arbeitet als Redakteurin bei der bischöflichen Pressestelle in Regensburg. Herzlich willkommen liebe Frau Wächter zu Ihrer Premiere bei der Presseschau. Vielen Dank. Mit Superlativen ist Vorsicht geboten, gerade was Katastrophen angeht. Aber was da Ende Juli über Dörfer und Städte in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hereinbrach, das ist eine der größten Katastrophen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Flut hat Leben beendet, Lebensgrundlagen zerstört. Das Ausmaß der Verwüstung, die Zahl der Toten, die Fassungslosigkeit und Wut der Anwohner, das macht betroffen und sprachlos. Manchmal auch im Glauben. So geht es dem Pfarrer von Ahrweiler, Jörg Meirer, domradio.de berichtet. Er habe indes mit Kirche zurzeit nichts am Hut. Auch für das Gebet finde er momentan keine Worte. Die Worte, die ich sonst gebraucht habe, passen nicht. Ebenso habe er weder Kraft noch Zeit für die Frage nach dem Warum. Und was sagen Sie? Sie sind doch von der Kirche. Diese Frage werde ja oft gestellt, berichtet die evangelische Regionalbischöfin Petra Bar in der Zeitbeilage Christ und Welt. Was sage ich? Am Anfang stehen die Geschichten derer, denen die Katastrophe alles genommen hat. Dann kommt die Klage. Nach der Klage kommt die Analyse. Vielleicht ist die größte Sünde der Menschheit gar nicht ihre Bosheit, sondern ihre Trägheit. Ja, Frau Wächter, der Pfarrer von Ahrweiler, der ist auch ganz schön kritisiert worden für seine offenen, ehrlichen Worte aus der Betroffenheit der Situation heraus. Wenn schon ein Pfarrer in der Not nicht mehr beten kann. Wie sieht aus Ihrer Sicht ein christlicher Umgang mit der Flutkatastrophe mit Katastrophen überhaupt aus? Ich glaube, das ist zunächst einmal mehr als nachvollziehbar menschlich betrachtet, dass man sich die Frage stellt, warum passiert so was? Wie kann ein gütiger Gott eine solche Katastrophe zulassen? Und natürlich ist es in dieser Situation ganz wichtig, dass wir als Kirche vor Ort sind, dass wir da sind und mit den Menschen sprechen. Das hat man ja auch in den Katastrophengebieten gesehen. Und wenn wir als Kirche Hilfe leisten möchten, dann kann das einerseits ganz praktisch sein durch tatkräftiges mit anpacken, aber eben auch durch die Seelsorge. Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, dass wir mit den Menschen sprechen, ein offenes Ohr haben, vielleicht auch gemeinsam den Raum bieten, Fragen zu stellen und auch Zweifel zu äußern. Aber ganz wichtig eben auch, dass man gemeinsam auf die Hoffnung schaut, die uns als Christen trägt. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel passiert ja in den letzten Wochen, dass Kirche auch vor Ort war, Seelsorger vor Ort waren. Und nach dieser ersten Zeit der Klage kommt die Analyse. Wir stehen mitten in einem Wahlkampf, in dem Klimapolitik eine große Rolle spielt. Auch manche Christen tun sich, mal diplomatisch gesagt, eher schwer damit, wenn Klimaschutz so eine herausragende Rolle bekommt. Was sind Lehren, die wir aber dennoch aus christlicher Schöpfungsverantwortung ziehen müssen aus der Flut? Klimaschutz ist wichtig, wird uns sicherlich auch in der nächsten Zeit immer mehr beschäftigen. Gerade solche Katastrophen wie die Flut oder auch die Brände, die wir gerade in Europa sehen, legen dann natürlich den Finger in die Wunde. Wenn wir aber als Christen von Klimaschutz sprechen, müssen wir es eigentlich weiterfassen. Denn es geht um den Schutz der ganzen Schöpfung. Und zur Schöpfung gehört Klima, da gehört die Natur dazu. Aber eben auch der Mensch, Stichwort Lebensschutz, Stichwort Menschenrechte und auch alles, was der Mensch innerhalb von dieser Schöpfung erschaffen hat. Kultur, Brauchtum. Im Grunde genommen könnte man sagen, man bräuchte einen allumfassenden, ganzheitlichen Blick auf die Schöpfung. Und so hat das ja auch Papst Franziskus in seiner Enzyklika geschrieben, Laudato Si, wenn er sagt, nichts in dieser Welt, nichts von dieser Welt darf uns gleichgültig sein. Wir bleiben beim Stichwort Menschenrechte und beim Stichwort Wahl. Ende September wählen wir ein neues Parlament. Viele Wahlprüfsteine wurden und werden veröffentlicht. Auch für Christen gibt es da spannende Fragen. Wie halten es die Parteien mit den Themen Religionsfreiheit und Christenverfolgung? Fragt Michael Maximilian Sabel in die Tagespost. Fazit. Während sich die Union klar zum Schutz verfolgter Christen bekennt und Linke, SPD und Grüne sich immerhin für die Religionsfreiheit aussprechen, spielt dies bei FDP und AfD eine so geringe Rolle, dass sie dieses Thema in ihrem Wahlprogramm unerwähnt lassen. Frau Wächter, Bundestagswahl im Visier. Was sollten, was müssten aus Ihrer Sicht Christen von der nächsten Bundesregierung im Hinblick auf Religionsfreiheit erwarten? Was Sie haben zuerst die Christenverfolgung angesprochen. Christenverfolgung, muss man natürlich sagen, ist ein Thema, was weltweit massiv zunimmt. Wir sehen es auch gerade wieder aktuell in unserem Nachbarland in Frankreich, wo vor kurzem ein Priester ermordet worden ist. Und man muss ja auch sagen, leider mittlerweile regelmäßig Kirchen in Brand gesteckt werden. Wenn wir jetzt auf Deutschland schauen und hier vor allem mit Blick auf die Bundestagswahl, muss man natürlich zunächst einmal feststellen, die Religionsfreiheit ist im Grundgesetz festgeschrieben, Artikel 4 des Grundgesetzes. Wir merken aber auch, dass in den letzten Monaten mit Corona sehr viel über diese Freiheiten, die im Grundgesetz stehen, gesprochen wird. Und es zeichnet sich hier vielleicht eine Entwicklung ab, die man doch sehr sensibel und kritisch mitverfolgen sollte. Denn wenn natürlich einzelne oder über einzelne Freiheiten, die im Grundgesetz festgeschrieben sind, leichtfertig entschieden wird, dann kann letztlich auch die Freiheit als Ganzes auf dem Spiel stehen. Traditionsverbundene Katholiken hatten es in den vergangenen Wochen nicht leicht. Hüter der Tradition fängt das jüngste Motu Proprio von Papst Franziskus an. Er schränkt die von seinen Vorgängen gewährten Freiheiten für die sogenannte alte Messe korrekter, die außerordentliche Form des römischen Ritus, weitgehend ein. Als Sorge um die Einheit der Kirche, wie Franziskus betont. Ein Paukenschlag. Felix Neumann kommentiert auf katholisch.de. Bisher war es die Methode Franziskus, Entwicklungen abzuwarten und nur gelegentlich vorsichtig wieder einzufangen. Das kann man jesuitisch nennen. Nun also ein Machtwort. Auch das ist jesuitisch. Nach Indifferenz und Unterscheidung kommt die klare Entscheidung. Und zwar von oben. Ein besonders drastisches Bild machte die Runde. Auch der Priester und Kirchenrechtler Dr. Gero Weishaupt gebraucht es im Interview mit Katnet. Ich erkenne einen Hirten, der seinen Hirtenstab als Schlagstock gebraucht. Die Glaubwürdigkeit und Authentizität des Papstes sehe ich beschädigt. Das ist starker Tobak, den man sonst von traditionsverbundenen Katholiken gar nicht so kennt. Jetzt mal ganz direkt gefragt, wie kann man die Entscheidung zur alten Messe einordnen und wie sollten Katholiken damit umgehen? Also hier hat es in der Tat sehr viel Kritik gegeben in den Medien. Was der Papst in seinem apostolischen Schreiben neu regelt, sind die Rahmenbedingungen, unter denen zukünftig Priester die Messe feiern dürfen in der außerordentlichen Form. Ich gehe davon aus, dass man in der nächsten Zeit in den Bistümern dieses Schreiben umsetzt. Ich kann hier nur von unserem Bistum von Regensburg sprechen. Hier wird man sich in den nächsten Wochen mit den Priestern, die das betrifft, zusammensetzen, wird über das Schreiben sprechen und die neuen Vorgaben umsetzen. Auch der emeritierte Papst Benedikt hat sich zu Wort gemeldet. Nicht zur alten Messe, aber in einem Interview mit der Zeitschrift Herr der Korrespondenz zur Situation der Kirche in Deutschland. Und auch diese Worte haben es in sich. Die Zeit zitiert den Papa Emeritus. In den kirchlichen Einrichtungen wirken viele Personen an entscheidenden Stellen mit, die den inneren Auftrag der Kirche nicht mittragen und damit das Zeugnis dieser Einrichtung vielfach verdunkeln. Ja, Beobachter, Frau Wächter, haben diese Worte Benedikts als eine Abrechnung mit der Amtskirche in Deutschland bezeichnet. Wie sehen Sie das und in welche Wunden, wenn der Lärm ziemlich große scheinen es ja, durchaus Wunden zu sein, stochert der emeritierte Papst da? Ich glaube, dass den emeritierten Papst hier die ernsthafte Sorge um die Kirche bewegt. Also die Sorge, dass die Kirche ihr Ziel aus den Augen verliert, aber auch ihre Grundlage, den Glauben. Und es ist ja eine Sorge, die ihn schon länger beschäftigt. Also wenn wir beispielsweise auf die Freiburger Rede sehen und damit auf den Papstbesuch in Deutschland 2011, auch hier hat er bereits beklagt, dass sich immer mehr Christen aus dem kirchlichen Leben zurückziehen. Und ich glaube, was er deswegen braucht, sind Christen, die sich wirklich bemühen, aus dem Glauben herauszuleben. Im Alltag, in der Familie, im Beruf, aber natürlich ganz besonders auch unsere Seelsorger und die Mitarbeiter der Kirche. Vielleicht kann man das auch unter diesem schönen Ausspruch des heiligen Augustinus zusammenfassen. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Stichwort brennen. Der Papst hat ja in seinem Interview explizit Caritas, andere Einrichtungen benannt, unter anderem die Caritas. Wie könnte so eine christliche Profilschärfung, Sie haben das ja auch angesprochen, aussehen? Ich übertreibe jetzt mal und sage, man kann ja nicht alle Mitarbeitenden der Caritas entlassen, die zwar gute Pflegerinnen und Pfleger sind, aber vielleicht weniger gute Katholiken. Das ist natürlich eine Frage, die man unter mehreren Gesichtspunkten behandeln müsste. Ich glaube aber, dass die Menschen von uns, von der Kirche erwarten, dass das, was draufsteht, nämlich katholisch, auch drin ist. Viele entscheiden sich ja ganz bewusst auch für einen katholischen Kindergarten, eine katholische Schule oder eben das katholische Pflegeheim. Und ich glaube, hier sind wir es den Menschen dann auch schuldig. Und die Menschen dürfen das ganz zu Recht erwarten, dass wir dort beispielsweise gemeinsam beten und dass diese Einrichtungen und alles Handeln in diesen Einrichtungen eben auch von einem christlich-katholischen Geist geprägt sind. Das waren heute viele, aber spannende und auch berührende Themen. Danke, Frau Wächter, für Ihr Hiersein und für Ihr Kommentieren. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sage ich danke fürs Interesse an der katholischen Presseschau von Kirche in Not. Alles Gute und auf wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017